Ich weiß gar nicht, warum ich die Vieche hier gerade verprügel? Keine Ahnung. Ich mach's halt mal, weil ich lustig bin. Die kleinen Geldsicke, ey. Die siehst du ja kaum, ey. Ja, das sind so richtige Knöpfchen, ey. Du Herbert, hör mal! Ich hab Geld gefunden! Das sind 5 Cent! Und dein volles Vermögen, weißt du? Ja, so ein kleiner Sack. Ja, ja. Wie macht denn eigentlich mein Ei? Rollen? Ja, ja. Leveled. Ja, ja. Wie viel hast du auf deinem Ei schon? Insgesamt hab ich da Level 1 mit 10,53 Prozent. Ja, ich hab 13 Prozent mehr. Du hast 13 Prozent mehr? Ja, ja, ja. Ich hab was mit 23. Äh, stimmt, du hast das Ei auch ein bisschen früher wie ich, ne? Wir hatten es fast zeitgleich eigentlich. Nein. Ja, doch. Ich hab noch den? Doch, doch, ich hab dir doch das Ding mitgesammelt. Du hast mir das mitgesammelt, aber ich hab's später geholt. Ja, du bist ja auch der Dovi, ne? Weißt du, ich besorge dem das Zeug und der geht erstmal bummeln, wa? Ja. 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 Also an der Stelle hier brechen mir immer mal kurz die Frames ein. Ganz komisch. Hm. Ich bin so unter dem Pub, weißt du? Ja, ja, ja. Das zweite Mal, dass ich grad so einen Ruckler drin hatte. Keine Ahnung. Weißt gerade gar nicht, was ich hier aufhört. Auch nur FPS ist okay. Dann der 60er. 60 ist immer gut. Mhm. Ja, ich bin auch bei... ...satten... ...ja, gut 60 FPS, kann man sagen. Da hab ich bei der Meinungschaft aber teils mehr FPS, hör mal. Hm. Gerade auf dem Server ohne Shader. Das kann gut sein. Guckst du auf dem Boden, das ist 200 FPS. Voll geil. Guckst du in der Luft, hast du 400. Echt? Ist da mehr? Ja? Jaaaa... Boah. Keine Ahnung. Hab ich noch nie ausprobiert. Also ich schon. Ich muss ja, wenn ich bei der einen Schmelze da hoch muss. Also ich fasse 400 FPS. Hm. Wenn ich hoch geh. Ja, wenn du runter gehst, oder was? Nee, so extra. Hahahaha. Dann nimmst du jede Sprosse ein und füllen mit. Hör mal. Mhm. 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 ja so 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 ich sammle köpfe den ganzen tag ich sammle köpfe weil ich köpfe mag was noch zwei stück dann bin ich fertig mit dieser komischen ja bist du denn hier und schließe mein letzter mob das ist mobbing ab nach mine mine kraft ok da muss ich in der richtung du bist du bist du von egal das bescheuert warum ich merkte schon naja auch so wie ich laufen will was willst du als nächstes auf deinem kanal bringen so als infos der zuschauer doch das weiß ich noch gerade gar nicht wir hatten ja mal geplant ttt zu starten irgendwann ich muss meinen zeitenkatalog wahrscheinlich bald vergrößern sag ich mal oder ich muss es nacheinander machen ich weiß es noch nicht wird alles nacheinander machen ich bin da ich bin sehr ungeduldig kannst du auch notfalls letztes erst mal pausieren bist du das so hast wie du brauchst ja aber davon pausieren bin ich erst recht keinen freunden sich dir gestehen ich muss nach caro station da brauche ich nicht hin ich gehe mal ganz kurz in die stadt nach oben da kann ich mir dann noch täte bauter kaufen ok hast keine mehr für die stadt habe ich noch gar keine gekriegt da war ich bisher noch nicht da muss ich erstmal hinlaufen so glaube ich nicht so weit ne er hat eine ausrufezeichen auf dem kopf also werde ich dich auch mal anklicken was ich für ein problem habe klick mich auf du sau also etwa nein stopp die müssen weg ich denke der läuft sich nicht Mist zusammen tja tja ouchen ich kann auch mal hier den hier machen so du läufst ja echt Mist zusammen dann muss ich Thierrym besorgen wo war Jung äh Reds Warrior ja oooohh ich mache die ganzen Quests glaube ich echt später ja ist doch so da habe ich jetzt echt keine Muffe drauf mich damit zu ärgern weißt du die mache ich dann wenn die recht easy sind da rutsche ich einmal durch ne in 10 Minuten ist es gut damit warum sich jetzt damit ärgern das ist korrekt das ist korrekt gut jetzt wer würden sie noch xp geben weil der zum level bereich bist aber hey muss nicht sein so wasser getrunken Prost ja danke naja was grad hat mich wo hinger gedacht na was wusste jetzt grad nicht wohin mit der leeren Flasche ja ja im Zweifel zu auf die Katze nein und eine ganze Flasche Wasser getrunken ja ich habe jetzt so eine Dose getrunken ich weiß nicht genau was es ist steht mal drauf Havanna Club Cola ja 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 kann man sich zur Aufnahme ja auch mal können ne ich habe mir vor der Aufnahme drei Dosen Energy reingepfiffen naja ich freue mich noch auf die Kommentare die vielleicht kommen könnten ihr habt ne Vorbildfunktion das kannst du doch nicht machen ohja ne Vorbildfunktion was ist denn vorbildlich also ich würde fast lachen wenn ich solche Kommentare kriegen würde einfach aus dem Grund weil gut wenn man Vorbildfunktion ich trink den ganzen Tag nur Wasser wenn man in der Öffentlichkeit steht dann ist man natürlich so ein bisschen in der Position aber ja natürlich aber wenn man zuhause sitzt aber seien wir mal ehrlich vorbildlich ist wenn man sich kontrollieren kann und wenn man eine Dose trinkt an nicht 100 aber nochmal wir laufen ich weiß wo ich gerade nachlecht letzte oder wie das heißt nein ich weiß nicht wonach du lächst ja ich hab was leckeres im Kühlschrank stehen ich hab mir heute griesbrei besorgt du bist ein Drecksack ne ekliger und ich muss dir zuhören während mir die Suppe im Mund zusammen läuft alter deswegen mache ich die nächste Flasche Wasser auf wie man gerade gehört hat ja hat man hat man hat man ja vielleicht schloss das auch findest du gerade einen Vulkan oder? ja ja dann ist ja gut finde deinen Vulkan na Projekt Placement wie? ich hab hier im Vulkan stehen ohohohohohoho ah jetzt hab ich auch noch auch mein Gott ok die Quest haben wir wieder angenommen hab ich Köpfe? hab ich Köpfe? hab ich Köpfe? jawoll ähm was ist das? das sind die Bandi Hallo Farmer Hallo Pumba ja was Farmer hat noch was ne er hat nichts mehr guck nochmal kurz ob ich hier irgendetwas übersehen habe hm nö glaube nicht hattest du mir nicht gesagt bei Level 20 muss ich nach Nagato irgendwo eine Quest wieder annehmen äh ne Mine ist es glaube ich hattest du doch gesagt bei diesem Royal Inspektor oder so ne? passen sie auf Mister Pumper ich sag ihnen das grad mal nicht 20 25 ja 10 da bist du auch ein bisschen überfällig mein Freund ja die hat er mir schon nicht hat er auch gesagt äh pass auf ähm in der Mine hast du 20 25 30 und 33 die du machen kannst wo willst du denn jetzt hinlaufen? ja wenn ich das wüsste so wo ich nach Mine wohin mit meinem Leben? ok wenn ich nach Mine da habe ich jetzt keine Lust hinzulaufen mhm ja erstmal den Bogen hier verkaufen G21 und ciao ehrlich ich du sagst es du sagst es jaaa mein Level hab ich jetzt ich hab achso ich hab kein Level ich hab ein paar XP gekriegt und ein Skillpunkt wuh bin entzückt ja ich bin inzwischen 27 ne? du Baum ich baum? ok wieso rennst du in der falschen Richtung du Trottel kraft das nicht? echt nicht? kraft das nicht? ja ja warum? ja wies ich auch nicht steckt dich nicht drin ne? wenn ich jetzt wieder restarte ist sie gleich wieder extrem laut ja dann mach vielleicht im System Sound Kopf leise oder so bis du es eingestellt hast bis du es eingestellt hast Party hart alter jetzt muss ich zu diesen ich kenne Red Warrior und muss einen Talisman finden arme hart die Musik voll laut arme hart coole ich hoffe die ist auf einer angenehmen ein angenehmes Level eine adäquates Level ja von dem Mikrofonständer eckt ja mir voll in der Fresse was? was? ja du hast richtig gehört das ist aber schon ein bisschen pervers was du da tust ne? was hast du denn da im Gesicht? du hast es erfasst ignore ignore ja ich ignorier jetzt voll der ignorante alter seitdem du YouTube machst bist du voll abgehoben was ist los? ja ist klar sagt der mit den 20.000 Projekten naja das macht halt auch grad echt Spaß muss ich ehrlich sagen ey ich hab grad ne potato gekriegt potato oh ja oh ja potato potato ich geh inska Mann gib mir doch das was ich brauche man hab's keinen bock hier stundenlang auf grüne Mopse klatschen man doch was dabei ja eine schmack zwei schmallmedizin ich brauche noch ein paar Köpfchen hier ne? alter die sickes ist ja wirklich kaum ey aber man perto ist ¡merelle so ein kleine Boss gefunden ein Goofy-Denunion-Band Der hat 32er Mage-Hosen verloren. Kein Problem, Goofy, kein Problem. Muss wohin wieder? Na, Cargo... Ich hab ja schon gehört, warum der so groß ist. Wie viele Experten der nicht hier geben? Kann ich dir natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ungefähr das Dreifache von denen, was ich gerade jetzt kriege für die Viecher hier. Naja, das ist nicht viel, aber okay. Die Hosen sind da das Entscheidende, denn die geben mir ein bisschen Geld. Geld, was wir ganz gerne sparen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es wegen Klamotten später mache. Vielleicht lasse ich die 55er Sachen auch aus und gehe direkt aus 55er, das kriegst du eh umsonst. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, das weiß ich gerade nicht. Na, mal schauen. Ich halte mir die Option noch offen, was das angeht. Ich bin ja eh erst fast Level 30, also von dem her. Alter, was habe ich denn hier für Questen, ey? Viele? Jetzt muss ich zu den Daemen Stocktroopers. Okay. Ich muss 30 Gold besorgen. Reichen nicht 30 Geon? Mh, nee. Verdammt. Ja. Ja. Alles grau. Ähm. Sehr, sehr lustig. Ja. Warte mal überlegen, welche Mobs waren das? Weiß ich nicht. Daemen... 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 Stocktroopers. Bin mir aber nicht sicher, wo sind die? Die Stocktroopers sind vor der Mine. Also glaube ich von Mine aus, wäre glaube ich angenehmer, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wo du gerade bist, ne? Jetzt in Mine. Okay. So, bevor ich die Quest abgeben, gehe hier nämlich noch ein paar Köpfe mit. Okay. Na? Irgendein Miner möchte, da habe ich gesehen, dass da irgendein Miner steht, also meiner steht und sagt, ey, ich habe eine Quest. Ey, Brudi, komm mal rüber. Ich muss hier aber hin. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Das war gut. Oh, boah, es geht nicht ab. Weiß nicht. Shops, 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 Shops. Ah, ich bin jetzt in der Mine. Hier bin ich. Was bist du denn von mir? Du bist. Ah, ich habe die Köpfe voll. Das finde ich voll gut. Da, woher ich die Quest herhole. Bei Copper-Oar, Quarz-Oar, Iron-Oar. Kuchu. Da, das ist ein Daily Quest. Naja, hm. Üb ich auf. Okay. Ach, die ist voll wichtig. Nee, nee, das ist voll egal eigentlich. Das bringt nichts. Dann brauche ich diesen Dinger da. Ich nehme für die Drachen auch gleich nochmal einen mit. Okay. Da geht dann nichts. Ich dachte, das hier war so ein Brett. Hey, Pumba. Hey, Servus. Was ist это denn? Hey, wir sind zweifalls mit Ries gemacht jetzt, dann. Ah, ha, ha, ha. Haha, ha, ha. Gut, ähm, hm 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 hm. Jetzt haut er ab. Wird doch stehen. Der Icke. Achso. Gut genug getanzt, jetzt Quest machen. Kann man natürlich machen. Ich geier grad ein bisschen auf diese Mage hier. Willst du die dort abgreifen? Ja klar. Ich frag die grad mal. Oh, Daniel lautet das. Alter. Halt die Pappel. Spendenkonto 004. Ich kann mal gucken, ob ich das abkrabbeln kann, ne? Jawoll. So, jetzt gehen wir rasieren. Was ist los? Musst du so laut schreien? Ich schreie normal und nicht laut. Was ist los? Diese Lache von mir gerade. Hier etwas von Goofy. Äh, 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 äh. Ich freue mich. Hm, wie heißen die Viecher nochmal, wo ich hin muss? Äh, weiß ich nicht. Demon Storm Trooper. Was willst du? Wild Demons und Demon Stock Trooper. Ey, cool. Die muss nur erledigen, ne? Das ist doch ganz einfach. Hm, na ja. Wild Demons. Cold Joy. Ja, die sind die da hinten. Ist ja kein Problem. Boah. Boah. Alter, den hab ich fast mit einem Schlag gekillt. Krass. Da taut schon rein, wa? Schalt mal weiter, das Lied hatten wir nämlich schon gehabt, schon mehrmals sogar. Ja, das ist bei mir auch eben die ganze Zeit wieder angefangen mit, dödüm, dödüm, dödüm. Andorant. Ja, bei mir ist die Shuffle-Funktion irgendwie ein bisschen in Po. Paris Athen, auf Wiedersehen. Hm, so in etwa. Gut, ich brauch immer noch ein paar Köpfe, ne? Ich will gucken, dass ich diese Köpfe hier, ich hab da 5 Shop Trooper Heads, ne? Und diese Köpfe möchte ich gucken, dass ich die voll mache, dass ich die abgeben kann und dann sammle ich keine mehr. Wenn's dann klappt, heißt's, wa? Ja, das musst du natürlich ausprobieren. Hm, da gibt's nicht viel auszuprobieren, ich muss da draufhauen, wa? Ja. Und das ist ein Stock Trooper, das seid ihr also. Und ihr Geld nebenbei. Jawoll. Ich glaub die 30 schaff ich und echt noch. Ich bin froh, wenn ich die 22 schaffe heute. Okay. Okay. Obwohl, ich hab ja noch ein paar von diesen Demon Water Dragon. Naja. Vielleicht könnte ich da Glück haben. Also ich denke, die 25 kriegt es heute hin.